Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch mit Goroba, Zirrönchen und Suki. Hallo. Ich bin mittlerweile bei einem Ranked angekommen, wo das völlig egal ist, was passiert. Na, ich hab dir letztens noch zugeschaut. Es fühlt sich an wie Silber. Lieber uns, Pharah? Ich bin ja der Meinung, dass ich nicht so schlecht bin, wie wie mein Ranked ist aussagt, aber... Was sagen sie alle. Reinhard down, jetzt müssen wir noch Zarya down. Zarya ist fast down. Noch ihre Bubbel. Ja, die ist aber fast down. Los, rauf da. Rauf da, Alter. Jetzt hab ich sie. Widowmaker oben auf der Brücke. Moment, Notfall, Notfall. Oh, die hab ich fast gehadded mit ihrem eigenen Schritt. Hinter uns? Ah. Junkrad. Junkrad down. Oh shit. Mach die Mercy. Wildes. Tod. Oh shit, da hat nichts mehr, da hat nichts mehr, da hat aber nichts mehr. Oh, er hat die Bubel. Hat die Bubel. Fara. Wäre nett, wenn sie nicht so rumgeschubst wird in der Luft. Sie gar nicht abballern. Ich bin bereit für Selbstdestruktion. Mein Ultimate ist Charging. Mein Ultimate ist Charging. Nanobooth ist Charging. Äh, Nanobooth ist noch loading. Kann ich ja buffen dann, Genji? Geh dich gar nichts an. Okay, soll ich dich buffen? Ich hab meine Ulti noch nicht. Genji, der Reinhard ab mich. Ja, sorry. War zu lahm. Ah, der Steep Dart kam ein bisschen spät, wa? Ja. Er kam so schräg an mir vorbei gechargt, weißt du? Jetzt hab ich meine Ulti. No one can hide from the Huntress. No one can hide from the Huntress. Ah, oh. Ah, Genji ist hinter uns. Sag, wann haben die denn Genji jetzt? Die Widowmaker hat gewechselt zum Genji. Nur weil ich so gut bin, oder? Oh shit. Kein Ding. Danke. Reba hat ihn fertig gemacht. Thanks for heal. Wo soll ich dich jetzt buffen, Guru? Noch ist keiner da. Ja, aber gleich, wenn die da sind. Gleich, wenn die da sind. Erstmal schieben wir. Bin's aufgeregt, oh. Warte. Oh. Ist ein Geschütz, oder? Okay. Gescheid. Oh, oh. Schlecht. Ich bin down. Nicht gut. Aber ich hab Ana gekillt. Anna. Ah! Da ist noch eine Pharah über uns. Komm schon, der ist fast down. Na, man hat da noch sein Reflekt übrig, man. What the fuck. Oh man, die Saria muss immer alle schielen, ey. Wie sie nervt. Moving the payload. Payload. Wer greift denn hier immer noch an, wenn das Ding drauf ist? Weiß ich nicht. Keiner von uns, glaub ich. Oh, hey. Oh, Rippa. Wieso denn mich, Mann? Wieso packt er mich? Wieso? Weil du am schönsten von uns warst. Ewi um Awetek. Ach du Scheiße. So gebuffter Reinhard kommt vorbei. Ah, aber es ist easy, Leute. Wir haben ja noch vier Minuten Zeit. Wir haben noch mehr Criddly Cree jetzt. Wir haben keinen richtigen Tank. Deswegen will ich Soldier. Wir haben D.Va. D.Va ist kein richtiger Tank. D.Va. D.Va ist DPS, Alter. D.Va ist full DPS. Fast tot. Die Mercy muss auch down. Vorher noch. Sonst brauchen wir die Ferro gar nicht machen. D.Va ist voll YOLO. Jetzt sie down. Als nächstes muss die Mercy down. Ist die Mercy down? Hab ihn. So. Erstmal hat jetzt die Fracht den Checkpoint da. Ich freue mich. Sia Nerds. Achso hat D.Va geregelt. Sehr gut. Das ist die Mercy. Mach die Mercy. Einer von hinten. Ach. Leck mich doch scheiß Zarya. Oh shit. Hammer down. Mach da erstmal Play of the Game. Mach sie. Creeper. Ulti. Oh mein Gott. Saria Bubble. Oh. Noch ne Saria Bubble. Diese Saria. Heißt sie nicht Saria? Nervt so. Ja Saria. Keine Ahnung. Saria. Saria. Guck mal. Anna. Anna. Ja. Wat weiß ich. Jedenfalls nervt sie. Mei. Junge der Scheiße. Ja bei Mei bin ich mir sicher, dass sie Mei heißt. Ich bin bei den anderen auch sicher. Es wird doch mal gesagt in den Cinematics. Natürlich muss sie sie wieder saven. So lächerlich man. Ridiculous. Im neuesten Cinematic kommt doch Saria auch vor. Sagt ihr nicht irgendwas? Die von Voice Kaya Industries. Sagt ihr nicht von wegen Saria it's on you? Oder so. Äh. Ich weiß nicht ob sie Saria oder Saria sagt. Sehr schön getötet. Sehr schön Freunde. Sehr schön. Okay Leute. Jetzt geht's los. Jetzt dreht er auf. I'll catch you on my side. Sie war full DPS. Oh jetzt hat der schöne Krill gewonnen. Toll. Und ich war natürlich mal wieder nicht dabei als wir den gewonnen haben. GG ihr Noobs, Alter. GG. Get wrecked motherfucker. Highlight Spiels war Reinhard Diva. Reinhard Diva. Die Reinhard Diva. Rein war. Achso. Ach da ist Mercy auch gestorben. Ololol. Wie sie sie gar nicht gesehen haben ey. Wie ich die Pharah gemacht habe. Halt den Mund Reinhard. Komm hier gib Zitrönchen. Jedes Zitrönchen ein Tönchen. Grönchen. Da fehlt ein Tee. Mhm. Zitrönchen. Versteh ich nicht. Ach so das war's mit der Runde. Alle. Ja. Noch mal Dorado. Torbjörn ist mein neuer Main. Ne. Ist mein Main. Hehehe. Hehehe. Darf schützen Power. Habe ich gehört. Ich weiß nicht. In den Kommentaren hieß es. In den Kommentaren hieß es. Spiel mal mehr Medo Maker. Medo Maker. Medo Maker. Medo Maker. Hast du dir gedacht. Kommt's nicht so drauf an. Kommt's nicht drauf an. Scheiß auf Ranked. Ah. One heal, one tank. Tja. Ach was. Teamzusammenstellung ist was für Noobs. Ja ist es auch. Klar man. Für Spielverderber ist das was. Und Nörgler. Und Spießer. They see me rolling. Ich hab den besten Spruch mit Widow den es gibt glaube ich. Ja und welchen? Let them eat cake. Von Maria Tonette oder? Ja. Das hat sie ja wohl gar nicht gesagt. Aber auf Deutsch sagst du einfach. Auf Deutsch sagst du einfach. Die Regel Nummer eins. Die erste Kammer bleibt leer. Echt? Ja. Krass. So 3 zu 1. Okay hier. Kein Wunder auf Englisch ist geiler. Hallo und herzlich willkommen zu Anonymous. Hallo. Ja zu Anonymous ist es. Talkshow. Talkshow hier. Wir versuchen Overwatch zu spielen. Mit Anonymous. Mit Anonymous. Mit Anonymous. Oh oh. Da schlecht. Kein Ding. Schieß auf ihn. Schieß auf ihn. Ich mach doch. Ab ihn. Ach. Habt keine Angst vor den Affen. Ich hab doch die ganze Zeit drauf geschossen. Okay. Du hast nichts gemacht. Das ist in Ordnung. Let them eat cake. Okay. Ups. Äh. Farrah fast down. Bist du One-Hit für dich sein. Für mich? Ach du bist. Du bist Dote. Okay. Du hast mich ja vom abbekehlen lassen. Äh. Äh. Aua. 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 Ich hab das Gefühl es wird nix. War so viel Schrott und ich komm nicht dran. Dieses Gefühl. Furchtbar. Hahaha. Ich glaub jetzt gleich von hinten da rum so. Nur damit ich meinen Schrott kriege. Ich bin da ein HP-Goro. Ich bin da ein HP-Goro. Mehr HP ist was für Noobs. Oder für Genshi. Da ist Schrott und ich komm dran. Der Winston war. Ja wir haben schon einen Reaper. Wir haben vielleicht so viele Sniper. Guck mal Battle Mercy ist da. Ja. Ich wechsle jetzt auch so gleich. Hast du dann ne Ulti gleich? Ja die Ultis. Aua. Oh noes. Oh shit. Genji hat extra meinetwegen die Ulti gemacht. Und die Röntgen. Okay. Really nigga? For real yo? Ja. Ich hau meine Ulti jetzt vom Spawn aus dahin. Ungefähr in die Richtung. Das ist gut. Gucken ob sie da ankommt. Warte wo ist die Fracht dahinten? Okay warte ich seh sie. Gucken ob sie da ankommt. Sagt mal wenn ihr die seht die Ulti. Wenn ich jetzt wechsle ist die Ulti dann instant weg. Die ist da. Die ist noch da. Ja sie trifft sogar Gegner. LOL. Hast du Kill gemacht? Ja Farrah. Oh my god. Sehr schön. How? But how? Ich hab keine Ahnung. So in den Kommentaren wurde sicher gewünscht dass ich Quiddowmaker spielen soll. Ihr seht jetzt warum ich sie normalerweise nicht spiel. Oh shit. Ich will nicht sterben. Warten. Sie sag, sie sag nie. Oh my god. Sag mir was von der Reste. So. Warte mal ich sollte. Ich wollte den Tank eigentlich nehmen. Okay. Ich sollte jetzt wechseln. Oh man. Ich mag nicht mehr. Rage quit. Ob die Map hat was gegen mich. They see me Mei Mei. Hello. Mei Mei. Mei Mei Turnt das Game jetzt. Ich bin halt so ein Games Turner ne. Bist du halt. Man nennt mich nicht umsonst. Guru Turner. Guru Turner. Will Turner. Es ist Stiefelriemen-Bildsohn. Ach leck mich. Wenn jetzt der Reaper nicht gedauert rumhampen würde. Oh shit. Die sind ganz schön weit nach vorne geprescht wa. Best Torb. Das Ding ist keiner ist bei der Fracht. Die bewegt sich nicht. Die wollen halt kill. Deathmatch hier oder was. Die wollen uns erniedrigen. Habt ihr gesehen was das neue Update vielleicht bringt? Ja. Das chinesische Neujahr-Update. Und Capture the Flag. Neuer Spielmodus. Vielleicht. Ne alter Spielmodus. Event-Modus. Ja dankeschön. Möchte noch jemand Risto? Ja ich bitte. Kills haben alle außer Zitrönchen. Sehr gut. Zitrönchen. Ach der Heiler braucht keiner. Außer Zitrönchen. Zitrönchen. Außer Zitrönchen. 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 Und lernst du's endlich. Haha. Noch mehr Schrott. Tötet die Mercy. Mercy ist tot. Tötet den Soldier. Tötet alle. Ich bin voll in der Eiswand eingesperrt. Jetzt nicht mehr. Zitrönchen. Zitrönchen. Wie Genji versucht hier zu reflektieren. Jetzt hast du auch Rüstung ne? Gut. Ähm ja. Hanzo Vorsicht. Genji ist hochgesprungen. Er kommt von hinten. Oha. Naja er hat immerhin. Anna hat. Hat ihn mir immerhin gekriegt. Ja aber er hat ähm. Geschützverbot gemacht. Genji hat sein Leben geopfert. Ja. Es bringt ja nichts. Das Geschütz steht ja gleich wieder. Diva von hinten, Leute. Oh. Diva ist hinter euch, ne? Oh. Diva hinter euch immer noch? Oh nein. Oh nein. Ok gut. Ich dachte den krieg ich noch. Oh Mann. Wie hat er sich so schnell hochgehalten? Ähm. Ähm. Mercy. Kleine Ratte diese Mercy. Kleine Ratten Mercy. Aber kaum bin ich nicht da. Schon läuft das Ding wieder nach vorne. Oh Mist, Mist, Mist. Ich hoffe du nicht, ich werde dich Crohn halten. Ich liebe dich ja. Ja, ich deduct an tief nach Instagram. Nув das. Tranquil. eni Tops sind zwei gekillt. Oh, nein. バイ-ảnematen Werkurk. Has thrify zu mir. Oh yeah. Teil Valhalla, schade, Zirönchen, hast du mich nicht gekriegt. Boah, 100% Aufladung. Helden sterben nicht. Hinter uns, hinter uns. Genshi. Da kann man ruhig mal einen Molten Core raushauen. Molten Core, kommt immer noch von hinten einer. Ja. Den mach ich. Er lacht. Ja, da waren grad so drei squishy Helden einfach mal ne Ulti drin. Boop. Was ist denn da mit so ner 90er Aufladung? Ich, ich bitte. Hast du, bitteschön. Dankeschön. Da von oben kommt ein Genji. Der kann doch nix. Da hinten liegt, da hinten liegt Rüstung. Ja. Ich will Schrott. Dafür musst du erstmal welche killen. Ja, Schrott. Der Genji. Oh noes, oh noes. Panik. Jetzt wird's fragtisch. Perner drin, schade. Die haben ne Tracer. Die haben ne Tracer. Tod. Heilung please. Er braucht schon Heilung. Ohhhh. Ohhhh. Sie hört mich. Ah. Gut. Scheiße. Ohhhh. Komm Annelis. Ach Mist. Das musst du regeln, Anne. Regel das jetzt. Mach Rechtsklick, Anne. Rechtsklick. Merci ist da ähm ähm ähm. Dann mach Linksklick. Mach Rechts-Linksklick. Genau. Immer so abwechselnd. Oder sie machen Molten-Core. Habe ich schon. Gut priviert. Hier Rüstung. Boah 70er Aufladung hier. Mercy hat kaum noch Leben. Der Tracer möchte mein Geschütz kaputt machen. Der Genji möchte sterben, hab ich gehört. Das ist schlecht. Ich bin tot. Oh mein Gott. Sie ist ja witzig. Sie hat das Ding einfach voll auf mich geballert, Mann. So, ich mach auch, ey. Sehr gut. Brauch mehr Schrott. Auch mehr Rüstung. Come on. Let's bring it together. Meine Ultis bald ready? Meine. Meine hat 50%. Oh, ich hab mein Leben für mein Geschütz geopfert. Oh nein. Äh, Tracer ist hinter euch, ne? Oh nein. Komm schon, Leute. Ihr schafft das. Was? Die Mercy war doch auch da drin, Mann. Ja, die ist aber nicht gestorben. Ja, die ist aber nicht gestorben. Die ist wieder. Los geht's. 50%. Los geht's. I better save than sorry. Gut, gut, gut. Mach die kaputt. Sehr gut. Guck, kann doch keiner schaffen. Nein, 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 nein. Okay. Ich hab mich nicht mal gekillt. Das hat richtig Spaß gemacht. Klasse gespielt. Ja. Wunder. Klasse. Toll. Wunderschön. Oh, nicht ich. Schade. Gianchi. Gianchi. Ja, der hat schon genervt. Aha, da ist Anonymous gestorben. Ja. Ja, und jetzt sterbe ich auch noch. Da ist der Goro gestorben. Goro bei Rookie. Und jetzt auch noch der Rookie. Und der Reaper. Und Silver Raven. Nutzi Röhnchen hat vernünftig gespielt. Yay. Ja. 38 Rüstungspaket ist die magische Zahl. Tja, dann. Bis zum nächsten Mal, wa? Das.